Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu diesem ganz kurzen Informationsvideo, was mal wieder Jurassic World Evolution betrifft. Nämlich gibt es wieder eine tolle Neuigkeit. Frontier hat gerade auf Twitter gepostet, nämlich vor einer Stunde diesen wundervollen Screenshot hier mit einem wundervollen Toilettenhäuschen für die Gäste. Und dazu haben sie geschrieben, dass zu dem DLC, was am 10. Dezember rauskommen soll für Jurassic World Evolution, nämlich Return to Jurassic Park, auch ein kostenloses Update für alle Spieler kommt. Mit einigen coolen neuen Features. Und sie haben dazu geschrieben, dass morgen im Forum einige Informationen dies betreffend veröffentlicht werden. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Aber jetzt schauen wir uns erstmal hier diesen wundervollen Screenshot an von dem neuen Toilettenhäuschen. Ich muss wirklich sagen, dass das sehr, sehr cool aussieht. Eine richtig coole Optik hier mit diesen Bambus und sowas. Das finde ich schon sehr, sehr nice. Eine sehr coole Idee. Erinnert mich auch so ein bisschen an Planet Zoo. Auch das hier hinter mit der Wand so ein bisschen vom Style passt das, ne? Aber das ist wirklich schon wieder mehr so diese Jurassic World, der Jurassic World Style. Sieht auch so ein bisschen aus vom Dach her wie die Beobachtungsgalerie. Also das ist jetzt nicht hier Jurassic Park Style. Das ist ja eher mehr dann so mit den Strohdächern. Ich denke auch, dass wir einige andere schöne neue Gebäude dann erwarten dürfen bei Jurassic World Evolution. Weil wenn sie schon schreiben, dass einige neue Features kommen und uns dann so ein kleines Bild als Vorgeschmack geben, kann man auf jeden Fall davon ausgehen, dass wir noch mehr weitere Gebäude zu sehen bekommen. Vielleicht bekommen wir die auch morgen schon zu sehen. Sie haben ja geschrieben, dass sie morgen weitere Informationen bekannt geben werden. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Und ich muss sagen, ich finde dieses Toilettenhäuschen vom Optischen sehr, sehr cool. Ich freue mich auch mega darauf, weil dadurch die Gäste natürlich auch noch ein bisschen mehr Needs bekommen, also Bedürfnisse bekommen. Und vielleicht wird das Ganze dann ja auch so ein bisschen anspruchsvoller, was diese ganzen Bedürfnisse der Besucher angeht, was das Parkmanagement angeht und sowas. Das wäre auf jeden Fall richtig cool, weil dann wird es sich echt mal wieder lohnen, einfach mal Jurassic World Evolution anzuspielen oder anzufassen und einfach mal eine Runde in einen funktionierenden Park zu bauen, wenn das Ganze ein bisschen schwieriger und komplizierter wird. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ich würde sagen, ich werde euch auf jeden Fall morgen auf dem Laufenden halten, wenn es neue Infos gibt. Also falls ihr das nicht verpassen wollt, dürft ihr gerne abonnieren und am besten die Glocke aktivieren. Dann kriegt ihr eigentlich jedes Video mit, was ich poste. Ansonsten war es das hier schon. Ich wollte euch nur kurz einmal das Bild zeigen und natürlich die Information mitteilen. Wir hören uns dann morgen in aller Frische. Macht's gut, haut rein. Euer Dandi.